Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch liegen die Tageshöchstwerte um die 9 Grad. Bei einem böigen Wind zeigt sich der Westsachsenhimmel trübe und zugezogen. In den Nachmittagsstunden müssen wir uns auf Regen einstellen. Am Donnerstag wird es richtig ungemütlich. Mit teils heftigen Windböen starten wir in den Tag. Niederschläge werden unser Begleiter sein. Das Quechse wird klettert bis auf 8 Grad. Der Freitag zeigt sich recht durchwachsen. Auch dann bläst uns ein mehr oder weniger heftiger Wind um die Ohren. Wolken dominieren das Wettergeschehen. Es kann zu vereinzelten Regenschauern kommen. Mit viel Glück lässt sich am Nachmittag auch mal die Sonne blicken. Auch zum Start ins Wochenende ändert sich nichts an den für die Jahreszeit zu warmen Temperaturen. Den ganzen Samstag über soll es regnen.